Jörg Soller, der heutige Meintag ist für die Lonsa ein guter Tag. Warum? Heute haben wir eine Partnerschaft mit Sanofi bekannt gegeben. Das ist eine ganz gute Sache für Zwerchfisch. Erstens haben wir eine neue Technologie auf dem Standort. Es ist ein Commitment zu unserem Standort, auch von der Lonsa Seite. Das ist natürlich sehr positiv. Wir reden heute Morgen von einem grossen Investitionsvolumen. Um wie viel geht es? Wir rechnen mit 290 Millionen Schweizer Franken, die wir hier auf dem Standort für diese Technologie investieren, zusammen mit dem Partner Sanofi. Wir werden das vom Bereich der Stellen einmal anschauen. Was heisst das? In dieser Anlage werden wir rund 200 Stellen neu arbeiten können. Das ist natürlich für einen Standort wie FISB in einer neuen Technologie 200 Stellen schon etwas sehr Wichtiges. Welche Produktepalette bei der Lonsa betrifft das? Was wird nachher konkret gemacht? Das sind pharmazeutische Stoffe, die wir herstellen. Aber ganz wichtig ist, dass wir jetzt eine Säugetierzellenkultur hier haben. Das heisst, wir haben eine neue Technologie, die für die Lonsa nicht neu ist, aber für den Standort ganz, ganz neu. Und das ist wirklich zukunftsgetrieben, innovativ. Und das kommt hier auf den Standort. Man hat im Bereich des Kräckers bei der Lonsa immer gesprochen. Das sind Produkte wie der Dünger, die zum Beispiel ausläufend sind. Sind das jetzt die zukunftsweisenden Produkte, die der Ersatz für das etwas sind? Ja, das ist genau jetzt ein Zeichen. Vor allem auch für die Leute, die gesehen, dass ihre Anlagen abgestellt sind. Da geht unsere Zukunft weiter. Und das passt eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Es war vom Timing her nicht besser wählbar. Und von daher sehr, sehr zufrieden. Was ist Sanofi für ein Partner? Wo könnte man dich sonst erkennen? Sanofi ist einfach in der Pharma-Branche sehr bekannt. Das ist ein grosser Partner. Sie suchen natürlich uns als Experten in der Mammeli-, also in der Säugetierzellenproduktion. Und von daher sind wir sehr, sehr stolz, dass wir so einen grossen Partner auf unserer Seite haben. Das ist ein guter Tag für Fischbe, ein guter Tag für die Soberwallis, ein guter Tag für die Lonsa. Wie geht für den Helder-Tag heute weiter? Ja, jetzt werden wir dann die Mitarbeiter informieren im Lappost. Das ist sicher noch ganz wichtig, dass die auch gerade eins zu eins sehen, was bei uns passiert. Und nachher werden verschiedenste Medien sicher noch etwas wissen wollen von mir, was ich natürlich auch beantworte. Und was löst sie denn selber persönlich aus? Ja, es ist einfach das, was wir jetzt 18 Monate hart gearbeitet haben, wo wir auch schwierige Entscheidungen gemacht haben. Das ist jetzt eigentlich das, was wir zurückkriegen. Und das macht mich sehr, sehr stolz und auch freudig für die Zukunft.